Wussten Sie, dass die Öle, die Sie täglich verwenden, der Grund für Ihre schwachen Knochen sein können? Ja, Sojaöl und Maisöl kommen vielleicht häufig auf den Tisch, aber haben Sie jemals über Ihre Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und insbesondere auf Ihre Knochengesundheit nachgedacht? In diesem Video enthüllen wir eine Tatsache, die Ihnen möglicherweise noch nicht bekannt ist, nämlich die Wirkung dieser Öle auf den Calciumanteil in Ihrem Körper und wie Sie zu schwachen Knochen und langfristigen Gesundheitsproblemen führen können. Wir bieten Ihnen nützliche Lösungen für die Auswahl gesunder Öle, die Ihre Knochen und die allgemeine Gesundheit unterstützen. Folgen Sie uns bis zum Ende, um zu erfahren, wie Sie Ihre Knochen erhalten. Beschaffenheit von Sojaöl und Maisöl Soja und Maisöl sind die am häufigsten verwendeten Öle zum Kochen, da sie mehrfach ungesättigte Fettsäuren wie Omega-6 enthalten. Obwohl der Körper Omega-6 in moderaten Mengen benötigt, kann eine übermäßige Zufuhr schädliche Auswirkungen haben, insbesondere wenn täglich große Mengen aufgenommen werden. Die Beziehung von Soja und Maisölen zu Calcium Eine übermäßige Aufnahme von Sojaöl und Maisöl führt zu einem Anstieg des Omega-6-Anteils im Vergleich zu Omega-3, was zu einem Ungleichgewicht der Fettsäuren im Körper führt. Dieses Ungleichgewicht löst eine leichte, chronische Entzündung aus, die die Calciumaufnahme beeinträchtigen kann. Dadurch nimmt die Knochendichte allmählich ab und der Betroffene kann anfällig für Krankheiten wie Osteoporose und schlechte Zähne werden. Weitere negative Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit Die Wirkung dieser Öle beschränkt sich nicht nur auf die Knochen. Tatsächlich kann ein übermäßiger Verzehr von Soja- und Maisölen zu anderen Gesundheitsproblemen führen, beispielsweise zu einem hohen schädlichen Cholesterinspiegel und einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfälle. Alternative gesunde Öle Was sind also die gesunden Alternativen? Hier spielen Öle eine Rolle, die reich an einfach ungesättigten Fetten und essentiellen Fettsäuren wie Omega-3 sind, wie etwa Olivenöl, Kokosnussöl und Avocadoöl. Diese Öle halten das Fettsäure-Gleichgewicht aufrecht, tragen zum Schutz ihrer Knochen bei und verbessern ihre allgemeine Gesundheit. Olivenöl beispielsweise ist reich an Antioxidantien, die Infektionen bekämpfen und die Gesundheit des Körpers erhalten. Tipps zum Ausgleich von Fettsäuren Die Aufrechterhaltung des Fettsäure-Gleichgewichts ist für die Gesundheit von Knochen und Körper von entscheidender Bedeutung. Wir empfehlen Ihnen, den Verzehr von gehärteten Ölen und Omega-6-Ölen zu reduzieren, den Verzehr von Omega-3-Fettsäuren aus anderen Quellen wie fettem Fisch und Nüssen zu erhöhen und die Verwendung gesunder Öle auszugleichen. Heute haben wir gesehen, wie Öle einen großen Einfluss auf ihre Knochengesundheit und die allgemeine Gesundheit haben können. Denken Sie daran. Wenn Sie heute gesunde Entscheidungen treffen, können Sie sich in Zukunft vor vielen gesundheitlichen Problemen schützen. Wählen Sie gesunde Öle und gleichen Sie die Aufnahme von Fettsäuren aus, um Ihre Knochen und Ihre Gesundheit regelmäßig zu unterstützen. Warten Sie nicht, bis Sie Schmerzen verspüren. Beginnen Sie jetzt mit einfachen Schritten zu einem gesünderen Leben und stärkeren Knochen. DERK Untertitelung des ZDF, 2020